Hey Leute und willkommen zu dieser ja mega Spezialfolge von Rocket League, denn es ist Weihnachten und natürlich wieder hier zusammen mit dem Flo. Hi. Hallo. So, ich wünsche euch vorweg wirklich frohe, frohe Weihnachten, ein besinnliches Fest und ein paar schöne Weihnachtstage und äh, Digga, was war das? Ähm, wir haben natürlich, wie man hier schon sieht, schöne weihnachtliche Autos, die haben wir uns gerade erstellt, also die sind schon ziemlich sexy, meine Freunde, ja? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ähm, die heutige Folge ist auch ein bisschen anders als die anderen, äh, und zwar ist es so, dass wir lange, lange aufnehmen und wirklich nur krasse Szenen bzw. coole Szenen reinschneiden und, äh, nicht wie sonst immer einfach zwei, fünf Minuten, äh, Spiele hier einfach spielen, die zwar gut sind, äh, manchmal oder meistens, aber, ja, wie gesagt, einfach jetzt heute ein paar krasse Szenen und das Video ist wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich wünsche euch jetzt allerdings viel Spaß. Easy. Ja, mein kleines Tor. Ja, ich weiß. Gelernt. Ja, muss man mal klatschen. Muss man mal, muss man mal klatschen. Muss man mal, muss man mal klatschen. Jetzt! Ah! Was nicht! Nein! Ist gerade nicht passiert, oder? Der Druck, der Weihnachtsdruck. Der Druck war zu hoch in deiner Hose. Die hat ein bisschen Power gefehlt, aber schlecht war es nicht. No, ich bin, what the fuck. No! Hey! Du hast mich eingeschossen.. Es ist fast so, als ob's zum ersten Mal Weihnachten wär.. Nanananana! Wat? Geschenke, Weihnachtsgugeln und Mengen an Schnee.. Mengen an Schnee.. Ich glaub's ja kaum bin ich da und am Mistl Zweigsee.. Mistl Zweigsee.. Was wär ich? So spät ist es schon? Ich muss gehen! Es ist fast so als ob es zum ersten Mal Weihnachten lang ist Ja 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 HOPP NAP Voll die Weihnachtsfolge NEIN Jungen was? NEIN NEIN Was wir machen Oh hab ich grad nicht gesagt Von der Masse im Tor Ich bin tot aber ich bin Ich hab einfach Ich hab einen Treffer gemacht Ich bin halt noch hinterher geflohen Guck dir das mal an hier mein Freund Ich will überhaupt und bin tot Ja das war voll schlecht NEIN Darauf komm ich nicht klar alter Oh mein Gott der war richtig gut eigentlich Ja guck ihn dir an Ohhhh Ja und jetzt guck Richtig gedreht alter Spriting oder? Spriteful Oh NEIN Das wärs 2-2 Mach 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 Ich glaube ich bin jetzt wieder im Flow Ja im Flow Ja du bist in meiner A** Hahahaha Hahaha Aua er hat mich weggegeben OOOO Er kriegt ihn Nicht Bertrit Distanz Jetzt hör doch mal auf so was zu sagen wie soll ich z dizefrierte schneiden Kommt einfach so D bei mir ja es geht geht doch mal in den Vorhine es soll wirklich keine Scheißen von einem Stream kann sein dass ich komplett tot bin der war nicht gut der war wirklich übelst du guck dich mal an der schmeckt mein Freund der war wirklich guck mal die haben einfach 2 0 geführt wir haben die so hart Auflage, Auflage ich habe erst gewartet weil ich gedacht hab was macht ihr jetzt ich fahr komplett vorbei auf einmal fährst du auch hin und denk mir what the fuck macht ihr jetzt jetzt einfach Spanier oder was ist denn das ja hey Ohhhh jetzt geht's rund meine Freunde jetzt geht's rund ganz jetzt richtieren es ist in jo alle im Able, hin gehst du ane was schreibst du alle Spanier sowas Mauer Heilige Maul, hallo hallo das ist wie geht bis zu höchst ja merken wirst du nicht hinterher? Ich dachte, du machst Vorlage. Was machst du? Nein, der geht nicht schon. Er verkackt dir sogar. Vorlage jetzt. Jaja, der... So in meinem Anus drin gewesen. Alter, ich hau schon wieder Vorlagen raus. Guck mal, aber wie geil. Der war eigentlich dran, der Typ. Aber ich hab durch ihn durch... Einfach quasi toll. Einfach durch ihn durch. Durch sein... Junge, was labern? Was ist denn das eigentlich für ein Genre? Die Genre, P***! Ey, hör doch auf, Mann! Ich hasse dich, Alter! Ich muss einfach alles piepsen. Ja, ist doch lustig. Oder gar nicht reinschneiden. What the f***? Lagerfeuer. Alter, wir sind so gut, ey. Tag-Team, Junge. 5-0 und es sind noch 2 Minuten. Und wenn die jetzt nicht liefen, dann zerstören wir die noch härter, aber die liefen, ja. Wir sind so ein hartes Tag-Team, ne? Ja, die sind so heftig, ne? Ja, die sind so heftig, ne? Loll-Tor! Ach so, sieh das an. Du hast sie da holen. Lois, das war ja meine Auflage. Ich hab den einfach so angeschnitten und bin einfach der absolute Profi und mit 3,50, geil, ne? Oh, nein. Mull. Tloi. Voll manual. Warte! Oh! Oh, war das Teamplay, Junge! Heftig, ne? Alter, guck das mal an! Heftig, ich weiß, ich hab's das vorher schon gesehen. Oh mein Gott! Wir haben einfach gekuschelt. Wir haben gewonnen, Ethan. Ja, Vorlage. Ja, ja. Ich merk schon. Oh! Mann, der krass, alter. Das hätte ich niemals erwartet. Also ich hätte ihn vielleicht auch gemacht, aber da ich gesehen hab, dass du dahin spest. Ey, war das angeschnitten. Video melden wegen Missbrauch des Gleichheitszeits. Was? Guck mal, wie wir zerstören auf der Weihnachts-Web gegen einen Meister und ein Bot. Und du laberst irgendwas vom Missbrauch vom Kleinen. Hallo, es hat keiner gehört. Nee, lebt doch einfach. Geist worden. Wir haben jetzt hier auch noch eine Legende reinbekommen, meine lieben Freunde. Also das ist, äh, ziemlich heftig. Aber, 3 zu 2. Nicht ganz geil. Okay, jetzt kommt einer. Oh, 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 oh. Was, das ein gutes Tor. Das war ja auch, guck her. Bam. Bam, und dann? Und ich hause richtig mit mir wieder drei an. Wow. War das geil. Wir sind echt Profis. Bluf, 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 bluf. War ganz wichtig und er geht sogar nicht. Warte, 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 warte. Easy. Oh, ja. Crazy. Eigenge-metzer. Ein bisschen verwirrt alles. Aber, egal. Auch ohne Nitro. er hat die Hauptsache ohne Bust all das ich habe ihn outplayed er hat das verlassen ja wegen meinem Outplay er kommt noch hinterher der Vorlage der Bot hat mich richtig gefühlt jetzt aber noch mal jetzt 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 hatte doch mehr woher war das klappt alter erlobt sich selber erlobt sich selber Verlängerung und doch kann man mal machen den Bot 2 2 spielen und eine Verlängerung instant ein Tor iiiiih alles ganz ehrlich sagen also hier gekämpft dann getrollt und nochmal getrollt obwohl du damit gar kein getrollt hast hab halt mir selbst eine Auflage gegeben weil du nicht da abelst ja das war ne krass oh mein Gott oh mein Gott war das zerstört alter wie ich ihn weggekickt hab guck mal hier alter du hast ihn richtig zerstört einfach den Ball hinter ihn gespielt und noch so richtig geil getrifft und noch so alter er wie es will ob man heute selber 0 Sekunden wie geplant geht noch eins ich glaube nicht aber es war auf jeden Fall schon mal geht es ist jetzt Ende ja a Prozent mit sich aber ich traurig dafür mal ich bin glaube ich um oh das habe ich gesagt ich bin um Loll ja geh ich hier hängen ne war halt echt gut die Vorlage oh komm 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 ne oder ne oder das war halt voll ist das Licht der Tor aber gut ausplayt war das ja hier war komplett ich habe ihn einfach getrollt hab ich ihn einfach getrollt geht doch scheiße ich wollte ihn klauen ja hab ich schon gesehen guck mal hinter dir ich guck ja nice ja war es aber schlecht dabei mach 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 endlich mal wieder ne Vorlage und ein Tor wie endlich wieder ne Vorlage mann ja vorhin hast du auch Vorlagen gemacht aber wir haben halt die Vorlagen waren nicht krass und ich habe auch nichts was gemacht also wie gesagt ich habe endlich wieder Vorlage mit Tor genau ja mau rein schau rein ja easy alter jetzt geht doch mein lieb Freunde 5 zu 1 jetzt geht es aber ab Luzi dann kannst du dann musst du mir hin heran kann ich dir denn am Freitag nicht geben stimmt noch hast du nicht noch einen ja oh wir haben gewonnen warte ich kann mal kurz gucken und ein Tor aber Mister das Crew kenne ich nicht nice one schönes Tor also schön war es nicht aber wir müssen jetzt nicht reden hallo das ist wichtig kom 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 ja der war richtig geil Coman der hier und dann wäre einfach was wie grün ich lasse ins Grunde bar sich aufsgehört und Torne Aber von mir. Ne. Hab ich doch gesagt. Ah, der geht. Ich hätte ihn jetzt nur abwählen können. Was ist das? Ich hätte ihn jetzt nur abwählen können. Das wäre witzig. Guck mal, wir haben einfach einen Experten und Semiprofi, die wir richtig hart zerstören. Oh, ist gut. Warte, das hat geklingelt. Oh, Flo. Nein, oder? Nein. Das habt ihr nicht gesehen. Das habt ihr nicht gesehen. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh mein Gott. Was für ein Zeug war das denn? Von mir, mein... Ja. Was war das jetzt? Vor allem, du fährst einfach rückwärts. Er fährt dauernd rückwärts. Was war das denn? Ja, ich wollte mich nicht umziehen. Ich komme mit Krawall. Krawall gebürstet, der Flo. Als ob der geht. Das war der Krawall. Der Krawaller. Der Krawall war alles gut. Guck mir das mal an, Alter. BAMS! In deinem Mull. Die können einfach nicht mehr abwehren. Das war ein Top-Spiel. Top-Spiel, Morris. Stopp! Jawoll, sauber. Bum! Schön, Flo. Schön. Das hat Bum gemacht. Wäre das so rein? Nee, nee. Ich meine, ich hätte ihn auch bekommen, weil ich noch Nito hatte und ich hinterher gefahren wäre. Aber sauber, Flo. War gut. Komm, nochmal dagegen fahren. Oder auch gar nicht mehr. Was? Alter, oh, ich dachte schon. Wow. Der war schick. Der war echt schick. Ich dachte zwar nicht, dass er so an die Latte geht. Das war nochmal richtig close, aber... Ja, hat Latte gesagt. Ja, die war nicht so ganz krass. Als ob das deine war! Mann! Ja, guck das mal an, was die gemacht haben. Ich weiß, ich stand doch direkt neben euch. Aber ich dachte, es wäre meine. Als ob... Heute kannst du nicht abstauben. Ich wollte ja nicht abstauben. Du hast ja gesagt Vorlage. Deswegen dachte ich, das ist jetzt meine Aufgabe. Das habe ich gemerkt. Ja, da habe ich aber... Jetzt gehen wir einfach. Nein, ich habe den Chat geöffnet. Oh mein Gott, war das krass. Ey, nein. Ich hätte ihn gemacht. Ich habe den Chat geöffnet. Ey, du redest nicht immer raus, wenn du ihn nicht machst. Nein! Guck mal an, wie ich ihn getoucht downed habe, Alter. Bam! Ja, das war dann krass. Ja, natürlich. Das war dann ein Touchdown. Mach ich jeden Tag, Alter. Zehn Mal. Die habe ich voll aufgemacht, solche Bälle. Ah. Ja. So was kannst du nicht, ne? Nein, Spaß. Nein, Spaß. Alles gut. Bleh! War so angeschnippelt. Oh mein Gott. Ja, als ob du ihn gemacht hast. Aber ich dachte, ich kickte dich auf den Ball. Ja, ja, ich konnte dich machen. Ich wurde weggetreten. Ja, von mir. Tatsächlich. Ich feuer dich. Ich wollte dich auf den Ball hauen. Das wäre halt so geil gewesen. Ja, aber ich wollte das Tor haben. Ja, kennt man von mir. Und ich würde sagen, mit diesem wunderbaren letzten Spiel, mit dem wunderbaren 8 zu 0, beenden wir hier die weihnachtliche Folge. Wer sie an Heiligabend guckt, dem wünsche ich, wir haben eigentlich die falschen Autos. Leute, wir haben einfach die falschen Autos. Wir haben gerade die Folge für nächsten Sonntag aufgenommen. Da wollte ich halt die Autos nehmen. Und dann wieder an dieser Folge die Autos zu nehmen. Aber gut, es ist egal. Ich würde sagen, wir beenden trotzdem jetzt und hier die Folge. Ich kann ja nochmal mit dem wunderbaren Auto hier in die Schneemap gehen. Dass wir nochmal, na, wisst ihr Bescheid. Aber ein richtiger Fail gerade. Egal. Gut, ich würde sagen, das war's. Wer sie jetzt an Heiligabend guckt, die Folge, dem wünsche ich noch einen restlichen schönen Tag. Ich hoffe, ihr habt alle schöne Geschenke bekommen. Und ja, bis dahin, bis zur nächsten Folge. Wie gesagt, die haben wir gerade auch schon aufgenommen. Nächsten Sonntag auf jeden Fall mal reinschalten, kurz vor Silvester. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.